Vor 100 Jahren entdeckte ein Satellit ein rätselhaftes, tief im Sand der großen Wüste verborgenes Objekt. Eine Expedition wurde an diese Stelle entsandt. Was dort im Sand begraben lag, waren die Überreste eines alten Raumschiffs. Tief im Inneren des Wracks befand sich ein Stein, der den Verlauf unserer Geschichte auch immer verändern sollte. In diesem Stein war eine galaktische Karte eingraviert, außerdem ein einzelnes Wort, älter als unsere ältesten Clans. Hegara, unsere Heimat. Die Clans schlossen sich zusammen und machten sich gemeinsam an den Entwurf eines gigantischen Kolonieschiffs. Sein Bau sollte 60 Jahre dauern. Er verlangte neue Technologien, neue Industrien und neue Opfer. Den größten Beitrag dazu leistete die Wissenschaftlerin Karan Siet, die sich selbst als lebenden Kern in die Systeme des Kolonieschiffes integrieren ließ. Sie ist jetzt das Flottenkommando. Das Versprechen des Führungssteins vereinigte die gesamte Bevölkerung. Alle Anstrengungen konzentrierten sich nun auf die Suche nach dem wahren Ursprung unseres Volkes. Alle Bemühungen auf dem Bau eines Raumschiffes, das dazu in die Tiefen des Weltalls aufbrechen würde. Rampenkontrolle in Bereitschaft. Alle Stationen melden Bereitschaft. Sie haben die Erlaubnis zum Anflug. Alles klar. Landebuchten 8, 9 und 10 versiegen. Rampen Decks A, B und C sicher. Rampen sicher. Alle Systeme zeigen grün. Startpersonal in Bereitschaft. Was für ein großartiger Anblick. Ihr Flottenkommando. Status des Mutterschiffs in Startvorbereitung. Kommando online. Rohstoff Sektion online. Bau Sektion online. Kälteschlafkammern. Subsysteme A bis J online. K bis S online. Rampenkontrolle bereithalten für Startausrichtung. Startausrichtung bestätigt. Achtung, Startsinn Kontrolle in Bereitschaft. Alle Haltevorrichtungen gelöst. Das Mutterschiff hat die Rampen verlassen. Wir sind auf dem Weg. Achtung, Startflotte. Bereithalten für Kommunikationstest. Kommunikation steht. Startflotte in Position. Kurs deleted. Nachrichtendienst geht online. Unsere Aufgabe besteht darin, alle Sensordaten zu analysieren und Missionsziele zu generieren. Bevor das Hypersprungaggregat getestet werden kann, müssen mehrere Versuchsreihen abgeschlossen werden. Testen Sie die Bauabteilung, indem Sie das primäre Forschungsschiff bauen. Testen Sie die Abteilung für Rohstoffverarbeitung, indem Sie die in der Nähe befindlichen Asteroiden abernten. Hypersprungmodul wird aufgeladen. Kapazität bei 35% und steigend. Das Mutterschiff ist in 10 Minuten für den Test des Hypersprungaggregats bereit. Machen Sie sich für den Beginn der Kampftestreihen bereit. Als erstes werden wir das Formationsflugverhalten beobachten. Hierfür werden Zieldrohnen zur Verfügung gestellt. Weisen Sie Ihren Jägern eine Formation zu und zerstören Sie die Drohnen. Local resources exhausted fleet, moving on. Roger. Salvage corvette complete. Strike group confirmed. Boundary this is 4, how far away? Strike group coordinates locked in. Resistance 46, close расstellen resident الد questi. Strike group姑 Chernobyl in 100 km bis 50 km bis 60 km bis 60 km bis 80 km bis 600 km bis 80 km bis 32 km bis 200 km bis 150 km bis 65 km b irger. Not部ist z illness η�ment�- на volle gültige Schmerz. Weapon setzen Texas zu paul". Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Docking mit Mothership. Machen Sie sich für den Beginn der Taktik-Testreihe bereit. Setzen Sie aggressive oder ausweichende Taktiken ein und greifen Sie die Zieldrohnen hier an. Resources locked in. Gruppe 1 copies. You are clear to dock. Copy. Strike group coordinates locked in. Group 1 reports enemy contact. Strike group to battle positions. New research to battle. Research to battle. Der Bau des primären Forschungsschiffs ist abgeschlossen und die Forschungsabteilung ist online. Beginnen Sie durch praktische Forschungsarbeiten für das Jägerschaft. Gruppe 1. Has defeated the enemy. Enemy unit emerging from hyperspace. Gruppe 1 copies. Docking with Mothership. Taktik-Test abgeschlossen. Jetzt werden wir die Effektivität der Bergungskorvette testen. Bauen Sie eine solche Korvette und übernehmen Sie die Zieldrohne hier. Research complete. Roger. Group 9 assigned. Group 9 copies. Eine Schnauze. lesicht. ComprSchungsweine. ilsicht. kul Übersprung-Aggregat 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 Interceptor complete Interceptor complete Resource collector awaiting orders Interceptor complete Assembly underway Interceptor complete Interceptor complete Assembly underway Interceptor complete Interceptor complete Interceptor complete Confirmed. Salvage Corvette complete. Stand down, we're on hold. Stand down, we're on hold. Stand down, we're on hold.